Hallo, heute geht es in unserem Erklärvideo darum, wie man richtig Pasta mit einer leckeren Tomaten-Basillikum-Soße kocht. Zunächst zeigen wir euch, welche Zutaten ihr alle benötigt. Ihr braucht für zwei Personen ca. 300 Gramm Spaghetti, eine Strauch kleine Tomaten, eine Packung passierte Tomaten, etwas Salz, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel, Parmesan, Basilikum und noch ein bisschen Öl. Nehmt euch zunächst ein Messer und ein Brettchen. Schneidet die Tomaten, das Basilikum und die Zwiebeln in feine Würfel. Drückt den Knoblauch mit einer Knoblauchpresse aus oder schneidet ihn ganz fein. Nun müsst ihr zunächst das Wasser zum Kochen nehmen. Dafür befüllt ihr einen großen Pot mit zwei Liter Wasser und erhitzt es auch der Herzflug. Gebt etwas Salz dazu. Ihr könnt auch noch etwas Olivenöl dazugeben, damit die Spaghetti nachher nicht aneinander fliehen. Nun legt ihr die Spaghetti vorsichtig aufgefächert in den Topf. Währenddessen erhitzt ihr einen zweiten Topf mit etwas Olivenöl dazugeben. Darin brachet ihr die kleingeschnittenen Tomaten, den Knoblauch und die Zwiebeln an. Anschließend füllt ihr den Topf mit den pastierten Tomaten aus und gebt das kleingeschnittene Basilikum hinzu. Nun müsst ihr die Soße unter gelegentlichem Umrühren köcheln lassen. Die Nudeln solltet ihr gelegentlich mit einem Kochlöffel umrühren. Nach ca. 10 Minuten sind sie al dente. Probiert sie zwischendurch, bis sie die von euch gewünschte Festigkeit erreicht haben. Beachtet dabei auch die Zubereitungshinweise auf der Packung. Wenn die Nudeln fertig sind, nehmt ihr den Topf vom Herd, stellt den Herd auf und gießt die Nudeln in ein Sieb. was ihr in eure Spüle platziert habt. Dann gießt kurz kaltes Wasser über die Nudeln, um sie abzuschwecken. Drapiert die Nudeln auf einen Teller, gebt die Soße darüber und garniert sie mit etwas Parmesan-Ziebe und Petersilie. Nun könnt ihr diese leckere Mahlzeit genießen. Guten Appetit! Hallo, heute geht es in unserem Erklärvideo darum, wie man richtig Pasta mit einer leckeren Tomaten-Basilikunsoße kocht. Zunächst zeigen wir euch, welche Zutaten ihr alle benötigt. Ihr braucht für zwei Personen ca. 300 Gramm Spaghetti, und das ist ein Bescheid. Ich muss alle bitte ganz weichen. Hallo? Eine Strauche kleine Tomaten. Kleine? Ja, die sind richtig. Eine Packung patsierte Tomaten. eine Knoblauchzehe, Öl, eine Zwiebel, Parmesan und Basilikum. Okay, mach mal Stopp. Nun müsst ihr zunächst das Wasser zum Kochen bringen. Dafür befüllt ihr einen großen Topf mit 2 Liter Wasser. Und erhitzt es auf der Herdplatte. Gebt etwas Salz dazu. Ihr könnt auch noch etwas Olivenöl dazugeben. Stoppiert die Nudeln auf einen Teller, gebt die Soße darüber und garniert sie in die Soße. Stoppiert die Nudeln auf einem Teller, gebt die Soße darüber und garniert sie mit etwas Parmesan-Case und Petersilie. Nun könnt ihr diese leckere Mahlzeit genießen. Guten Appetit! thesel das undия die Soße darüber gehst nicht um・・・